Ich fühle, dass Weihnachten kurz bevorsteht, wenn ich nach München komme. Weil das das dritte Jahr jetzt in Folge ist, dass ich zu dieser Zeit... Oh, danke, er hat deinen Skript erzählt. Ich bin im Kontext der Gemeinde groß geworden, immer in den Gottesdienst gegangen, aber ich bin erst zum Glauben gekommen, als ich 18 Jahre alt war. Aber ich war schon immer einer, der angebetet hat. Und das, was wir gerade gehört haben von David Foster Wallace, das stimmt ganz genau. Wir alle beten irgendetwas an. Aber wenn ich die Sprache von Anbetung überhaupt mal gewählt habe, dann war das eigentlich im Kontext von Sport. Ich hatte meine Götter und das waren Cricket-Spieler. Ich hoffe, ihr kennt diese komische Sportart, Cricket. Das werdet ihr nämlich im Himmel spielen, denkt er. Wenn ich ins Wembley-Stadion gehe und da wird Fußball gespielt, dann könnte man sagen, man geht in das Mecca vom Fußball. Das ist nämlich genau die Sprache, die gebraucht wird von den Menschen, die den Sport anbieten. Und dann wurde ich bekehrt. Und dann wurde mir erst klar, dass die wirkliche Wortwahl der Anbetung, diese Worte, richtigerweise eigentlich nur Gott gelten sollten. Aber ich hatte immer noch eine falsche Vorstellung davon, was Anbetung wirklich ist. Denn ich dachte, das wäre etwas, das einfach sonntags im Gotteshaus stattfindet. Aber selbst wenn man sagt, ich gehe zum Gottesdienst, um anzubeten, dann kann es gut sein, dass man trotzdem gar nicht wirklich anbetet. Und meine Vorstellung, was Anbetung war, das bezog eigentlich nur auf einen ganz kleinen Teil von dem, was sonntags stattfand. Es ging nämlich eigentlich nur um unseren Gesang. Aber ich dachte, es hat auch etwas mit meinem Herzen zu tun. Also ich dachte so, richtig Anbetung, die findet eigentlich nur statt, wenn ich auch etwas in mir selber fühle, in meinem Herzen. Eigentlich war wirklich Anbetung immer nur dann, wenn ich eine ganz tiefe Gefühle hatte, es lief mir kalt und warme den Rücken runter. Und dann habe ich gedacht, ja, also diese Woche habe ich jetzt wirklich mal Anbetung ausgeübt. Und das hat einen großen Druck auf mich ausgeübt. Ich habe meine Bibel gelesen und dachte, ich will Gott anbeten. Aber ich dachte, das tue ich ja nur dann, wenn ich dieses tiefe, innere Gefühl habe. Und von daher habe ich mich wirklich ganz stark darum bemüht, diese Gefühle irgendwie zu generieren, dass ich nun auch wirklich Gott anbete. Und das hat nicht nur großen Druck auf mich ausgeübt, sondern auch auf unsere Musiker. Weil die hatten jetzt die Verantwortung dafür, mir diese Gefühle zu geben. damit sie mich quasi in die Gegenwart Gottes bringen. Und ich habe die Gegenwart Gottes assoziiert mit eben diesem Gefühl, das ich dann in mir hatte. Und ihr versteht, was dann geschieht. Der Fokus kommt dann auf einmal ganz auf uns hier auf Erden. Denn wir müssen dann einfach in unseren Herzen, auch in den Herzen von anderen, so ein Gefühl von Anbetung generieren. Weil wir nur dann wirklich es schaffen, mit Gott in Verbindung zu sein, ihn wirklich anzubeten. Aber als mir dann geholfen wurde, die Bibel ein bisschen genauer zu studieren, habe ich gemerkt, das alles stimmt gar nicht. Denn wenn wir uns wirklich von der Bibel her informieren lassen, dann wird klar, dass alles wirklich von Gott her beginnt und nicht mit uns. Und das werden wir jetzt in diesen Tagen auch sehen, dass das wahre Anbetung wirklich mit Gott beginnt. Das ist etwas, wozu er uns befähigt, durch Christus und seinen Geist. Und dann ist es etwas, das wir in der ganzen Welt, nicht nur in der Kirche. Etwas, was wir im ganzen Leben ausüben sollten und nicht nur in der Kirche. Und um mehr zu verstehen, was Anbetung ist, wollen wir jetzt zusammen im Johannes-Evangelium Kapitel 4 betrachten. Und im nächsten Vortrag dann wird Philipp Percival uns helfen, noch genau zu verstehen, was die Natur der Anbetung ist. und wie es uns alle auch, wie wir alle daran teilhaben sollten. Aber hier geht es uns jetzt erst einmal in diesem Vortrag um die Grundlagen christlicher Anbetung. Also ich lese aus Johannes 4, die Verse 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm, das ist die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin bei Jesus, die Frau spricht zu ihm, zu Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten sollte. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter, den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Ich denke, wir alle kennen den Kontext, in dem diese Worte kommen. Jesus geht durch Samarien und Mitte des Tages kommt er dann an einen Brunnen. Und da sieht er eine Frau und er beginnt mit ihr zu reden und sie ist sehr überrascht, dass er das tut. Sie sagt, du bist ein Mann und ich bin eine Samariterin, eine Frau und du sprichst mit mir. Denn die Juden verachteten die Samariter. Die wurden verstanden als Heretiker und grundsätzlich würde ein jüdischer Mann niemals in der Öffentlichkeit mit einer Frau reden. Und das ist hier dann eben noch überraschender, weil sie eben nicht nur eine Frau ist, sondern auch noch eine Samariterin, sondern auch noch eine bekannte Sünderin. Wie man dann in der Folge berichtet bekommt, hatte sie fünf Männer und lebt jetzt noch mit einem zusammen, der nicht mal ihr Ehemann ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum sie mitten am Tag da am Brunnen ist. Das ist eigentlich eine ganz ungewöhnliche Zeit, zu der man normalerweise eben nicht diese schwere Arbeit hat, um den Brunnen zu gehen, um Wasser zu schöpfen. Nämlich gerade in der Zeit, wo die Sonne ganz oben steht. Da wäre dann sonst eigentlich sonst niemand. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum sie da ist. Sie will vielleicht einfach diesen Blicken aus dem Weg gehen von Menschen, die sie verächtlich anschauen als Sünderin. Sie ist es wahrscheinlich gewohnt, dass die Leute sie wirklich ignoriert haben oder sie wirklich ausgegrenzt haben. Aber da taucht nun dieser jüdische Mann auf, der freundlich mit dir redet. Würdest du mir etwas zu trinken geben? Und sie ist völlig erstaunt. und er sagt zu ihr, wenn du verstehen würdest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten, ob ich dir nicht ein lebendiges Wasser geben könnte. Und sie scheint nicht zu verstehen, worüber er überhaupt spricht. Sie denkt immer noch an ein normales Wasser. Aber sie ist neugierig. Und so geht Jesus jetzt weiter und spricht tiefere Dinge noch an. Und von dem, was er sagt, können wir einige ganz wesentliche Grundlagen für wahre Anbetung erkennen. Das Erste, was wir hier lernen können, wahre Anbetung ist unmöglich ohne Jesus Christus. In Vers 19, da sagt sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und was sie dann als Nächste sagt, das klingt ein bisschen seltsam. Sie sagt nämlich, wie wir in Vers 20 sehen, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Das scheint irgendwie gar nicht zu dem zu passen, was bisher gesprochen wurde. Jesus hat gerade deutlich gemacht, dass er über ihre fünf vormaligen Ehemänner weiß und weiß, dass sie jetzt mit einem anderen Mann zusammenlebt. Und manche Ausleger haben gedacht, dass sie hier vielleicht einfach in einer Verteidigungshaltung ist. Sie will diese Form des Gesprächs nicht mehr fortführen und ablenken. Und so versucht sie, das Thema zu wechseln, damit Jesus vielleicht über etwas anderes reden könnte. Und ich denke, wir alle haben das schon erlebt, gerade wenn wir mit Ungläubigen gesprochen haben. Wenn die herausgefordert werden, dann fangen die manchmal an und wechseln das Thema und sagen, nein, ich kann den christlichen Glauben nicht ernst nehmen aufgrund der Wissenschaft. Das ist aber eigentlich gar nicht die wirkliche Frage, die wollen einfach nur der eigentlichen Frage aus dem Weg gehen. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was wir hier erleben. Ich glaube, sie versteht, sie beginnt zu verstehen, dass dieser Mann etwas ganz Besonderes ist. Ich denke, sie hat doch wahrscheinlich versucht, ihre Seele, ihr Inneres zu erfüllen durch die Beziehung mit den Männern. Aber die können ihr nicht das lebendige Wasser geben, wonach sie sich wirklich sehnt. Und hier ist jetzt dieser Mann, der irgendwas mit Gott zu tun zu haben scheint. Und er bietet dieses lebendige Wasser an. Und sie hat diese Sehnsucht danach und möchte Gott kennen. Und ich denke, was sie hier jetzt tut, ist einfach zu sagen, wo kann ich diesen Gott treffen? Denn die Samariter und die Juden hatten da unterschiedliche Sichtweisen zu. Denn die Juden meinten, wenn du Gott treffen willst, wenn du Gott begegnen willst, dann müsstest du nach Jerusalem in den Tempel gehen. Aber die Samariter, die meinten, ihr Tempel wäre auf dem Berg Gerasim. Und sie will jetzt wissen, wo kann ich Gott treffen? Und das ist eine Frage, eine ganz ernsthafte Frage, die vielleicht auch heute manche Menschen haben. Dass etwas in ihren Herzen macht, dass sie Gott wirklich kennenlernen möchte, und mit Gott leben möchte, aber sie wissen nicht, wo sie nach ihm suchen sollen. Und die sagen, soll ich die Bibel lesen oder das Buch der Mormonen? Soll ich zu Jesus schauen oder eher auf Buddha vertrauen? Soll ich nach Rom gehen oder nach Mekka? Und so sagt sie ihm, soll ich nach Gerasim gehen oder nach Jerusalem? Und Jesus antwortete in Vers 21 und 22, Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Sorry, I went to fart. Sorry. So he's saying, the Jews were right. Also Jesus sagt erst einmal, die Juden haben recht. God had told them to build the temple in Jerusalem and that's where his people should meet him. Denn Gott hatte tatsächlich den Menschen gesagt, den Juden gesagt, baut den Tempel dort in Jerusalem. Dort sollten die Menschen sich mit ihm treffen. Aber Jesus sagt, das ist bald eine Debatte, die irrelevant wird. Denn wir kommen nun in eine neue Zeit. Und diese neue Zeit, das ist jetzt eine Zeit, in der wahre Anbetung, eine Anbetung ist im Geist und in der Wahrheit. Um also mit Gott in Verbindung zu treten, müssen wir nicht an einen bestimmten Ort gehen. Nein, es hängt dann wirklich einfach ab vom Geist und von der Wahrheit. In dieser neuen Zeit gibt es dann keine heiligen Orte mehr. Ich kann mich gut daran erinnern, ich bin mal durch Israel gereist und habe verschiedene Orte besucht, unter anderem auch Kirchen und auch Moscheen. Und es war sehr warm draußen, ich hatte kurze Hosen an und ging dann in diese Gebäude rein. Und dann wurde ich leicht an der Tür abgewiesen, weil Gott natürlich völlig beleidigt wäre durch meine blanken Knie. Das kann ich natürlich verstehen. Und der Gedanke dahinter war, das ist hier ein heiliger Ort und heilige Orte sollten nicht beschmutzt werden durch blanke Knie. Aber das ist alte Sprache. Aber die Sachen sind jetzt einfach anders. Denn die Propheten haben gesprochen, dass eine Zeit kommen wird, wo Menschen Gott anbeten können, nicht dadurch, dass sie zu einem bestimmten Ort gehen. Denn wenn der Messias kommt, und die Frau sagt, ja, es weiß ich, ich weiß, wenn der Messias kommen wird, dann wird er das alles erklären im Vers 25. Und im Vers 26 sagt Jesus aber, dass er es ist, der mit ihr redet. Es ist ganz interessant, wenn man Jesus vergleicht mit den religionsführenden anderen Religionen. Die sagen alle, geh. Die sagen alle, wenn du mit Gott in Begegnung kommen willst, dann geh zu diesem heiligen Buch, geh an diesen heiligen Ort. Und Jesus sagt als Einziger, komm. Jesus sagt, wenn du dich mit Gott begegnen willst, dann komm zu mir. Das heißt, im Alten Testament, wenn du mit Gott in Begegnung kommen wolltest, dann musstest du erst zur Stiftshütte gehen. Dieses Zelt, was die Menschen damals in der Wüste mit sich zogen. Und nachdem sie dann das gelobte Land eingenommen hatten, zur Zeit Salomos, da gab es dann den Tempel, in dem wurde dann Gott getroffen. Aber Jesus sagt, jetzt komm zu mir. Ich bin diese Stiftshütte. So heißt es in Johannes 1, Vers 14, wenn man es wörtlich übersetzen würde, das Wort war Fleisch und es war die Stiftshütte unter uns, er zeltete unter uns. Und er ist auch der Tempel. Er sagt, wenn ihr diesen Tempel zerstört, dann wird der Herr ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Und Johannes erklärt, dass sie dann erst später verstanden haben, dass er nicht über den Tempel des Salomos gesprochen hat, sondern über seinen eigenen Körper. Das heißt, die Stiftshütte und der Tempel symbolisierten die Gegenwart Gottes. Aber Jesus ist die Realität. Manche Leute sind große Fans von Elvis Presley. Und wenn du Elvis Presley so nah wie möglich kommen willst, dann gehst du nach Memphis. Und dann kannst du zu Graceland gehen, dem Ort, wo er gelebt hat. Und dann kannst du einige der Kleidungsstücke sehen, die er getragen hat. Ziemlich klein, als er ein junger Mann war. Die wurden immer größer, als er älter wurde. Du kannst die Möbelstücke sehen, auf denen er gesessen hat. Und du kannst so ein Gefühl bekommen, dass du ihm relativ nahe gekommen bist. Aber jetzt stell dir mal vor, Elvis würde wirklich leben. Er wäre auferstanden zum Leben zurückgekommen. Und er würde nach München gehen. Dann würdest du nicht mehr nach Memphis fahren. Du würdest zu ihm gehen. Und das, was hier sagt, es macht gar keinen Sinn mehr zu diesen Symbolen der Gegenwart Gottes zu gehen, kommt zu mir. Denn er ist doch dazu gekommen, damit es für Menschen möglich ist, den lebendigen Gott zu treffen, ihm zu begegnen. Wahre Anbetung ist also unmöglich ohne Jesus Christus. Das ist der grundlegendste Punkt. Und wir sehen, die nächsten beiden Wahrheiten, über die ich nachdenken möchte mit uns, das sind wirklich nur Fortführung davon. Worüber wir hier reden, ist wirklich ganz einfach, ganz grundlegend. Und es würde mich wirklich wundern, wenn ich jetzt Dinge sage, die ihr nicht schon wisst. Aber es ist so grundlegend für unsere Anbetung. Und ganz viele Christen sind gerade an diesen grundlegenden Punkten ziemlich verwirrt. Also jetzt kommt die zweite Wahrheit. Wahre Anbetung ist unmöglich ohne den Geist. In Vers 24 erklärt Jesus, Gott ist Geist und in ihm, nee, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und es gibt eine gewisse Debatte darüber, was hier eigentlich gemeint ist mit Geist. Also wenn wir ihn im Geist anbeten, hat das was mit dem Inneren in mir zu tun? Oder geht es um Gott, den Heiligen Geist? Also wenn du dir anschaust, hast du ein großes G für den Geist oder ein kleines G für deinen Geist? Und manche verstehen das wie ein kleines G, der Geist, der in uns wohnt. Aber Jesus sagt, die wahre Anbetung, da geht es um äußere Dinge. Es geht nicht um Rituale oder heilige Gebäude. Es beginnt im Inneren. Es braucht eine innere Realität. Und das ist ohne jede Frage wahr. Und ihr wisst, im Allentestament sprechen die Propheten immer wieder über diese Scheinheiligkeit der Menschen. Gott sagt zu Isaiah, I hate, I despise your religious festivals. So sagt Gott durch Isaiah, dass er es hasst, dass diese Menschen diese großen Feste feiern und all diese Dinge tun. Weil das alles nur eine äußere Show ist und es kommt nicht wirklich zum Herzen. Und Jesus sagt auch zu den Pharisäern, sie sind wie weizgewaschene Wände. Und so ohne jede Frage wirkliche Anbetung muss aus dem Herzen kommen. Aber wie kann es aus dem Herzen kommen? Es kann nur aus dem Herzen kommen durch Gottes Heiligen Geist. Denn es braucht ein Wunder Gottes, damit ich zu einem Anbeter Gottes werde. Und von daher glaube ich, das ist das, wovon Jesus hier spricht. Er spricht hier vom Heiligen Geist. Wahre Anbetung ist etwas Übernatürliches. Wir sehen also, um Gott anzubeten, müssen wir zu Jesus kommen, um dort mit Gott in Verbindung zu kommen. Und das heißt, uns von unseren Sünden abwenden, Buße tun und uns im Glauben Jesus zuzuwenden. Und uns dann ihm zu unterstellen mit unserem ganzen Leben. Und wir werden später noch darüber nachdenken, was es bedeutet, dass wir unser ganzes Leben hingehen, als einen beständigen Lobpreis, als einen beständigen Gottesdienst. Und das braucht grundlegend ein Wunder. Weil wir nämlich von der Natur her selber im Zentrum unserer Anbetung stehen. Stell dir mal vor, ein Foto wird gemacht von einer großen Gruppe von Menschen. Und wenn du dir das Foto anschaust, nach wem schaust du zuerst? Dich selbst, ne? Das machen alle. Weil unsere Leben sich immer um uns selber drehen. Und in wahrer Anbetung geht es darum, dass unsere Leben sich nicht um uns drehen, sondern um Gott. Und wie kann das passieren? Nur durch ein Wunder der Gnade Gottes. So wie Jesus es im Kapitel vor unserem Text zu Nikodemus sagte, wir müssen von Neuem geboren werden. Ich bin nicht mehr so jung, wie ich schon mal war. Aber ich habe immer noch Ambitionen. Also stellt euch mal vor, ich bilde mir ein, ich könnte immer noch Fußball spielen für das englische Nationalteam. Ich habe keine Ahnung, warum ich ein paar gelacht haben. Und ich gehe zum Nationaltrainer und sage, ich denke, du solltest mich in deinem Team mit aufnehmen. Und er sagt, okay, I'll let you show me your skills. Und zur großen Überraschung von Seilen würde er sagen, ja okay, zeig mir mal, was du kannst. Und nach dem Training würde ich sagen, na, was denkst du, bin ich der Mann für dich? Und er sagt, nein. Und dann würde ich sagen, gibt es ja irgendwas, wo ich vielleicht noch ein bisschen üben soll, trainieren soll, mein linker Fuß oder mein Kopfballspiel. Und er sagt, Vaughn, wenn du in die englische Fußballspiel und er würde zu mir sagen, Vaughn, wenn du in der Nationalmannschaft spielen willst, dann musst du von Neuem geboren werden. Das ist nicht sehr ermutigend, oder? Er sagt mir, du musst nämlich ein komplett anderer Mensch sein. Das ist nichts, was du mit Training irgendwie hinkriegen kannst, du müsstest einfach ein komplett anderer Mensch sein. Und Nicodemus versteht genau diesen Punkt. Er sagt, das ist unmöglich. Ich kann auch nicht zurückgehen in die Gebärmutter meiner Mutter, um nochmal ganz neu als ein neuer Mensch auf diese Welt zu kommen. Und dann sagt Jesus, das muss durch den Geist geschehen. Und das ist in Johannes 3, Vers 5, wo Jesus erklärt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Da ist eine größere Debatte darüber, was hier genau mit Wasser gemeint ist. Es könnte die natürliche Geburt sein, Geburt durch das Wasser. Und dann würde das bedeuten, du musst also einmal ganz natürlich geboren sein und dann nochmal geistlich geboren sein. Oder es könnte auch sich um Taufe handeln, als das äußere Zeichen und dann der inneren Sache durch den Heiligen Geist. Aber wie auch immer wir das jetzt genau verstehen mit dem Wasser, eins ist klar, wir können nur in das Reich Gottes kommen, wenn wir vom Geist neu geboren sind. Und das ist auch das, was Jesus der Frau hier erklärt. Um in Wahrheit anbeten zu können, brauchst du den Heiligen Geist. Und das ist nichts, was irgendwas mit einem besonderen Gefühl zu tun hat, was wir in unserem Herzen tragen. Und das ist nichts, was nur ein paar Gemeinden dann auch produzieren können, weil sie die Musiker dafür haben. Nein, das geschieht durch Bekehrung. seht, im Johannes-Evangelium da trennt Johannes nie das, was Jesus tut vom Werk des Heiligen Geistes. Christen tun das immer wieder. Und sie tun das übrigens ganz oft gerade im Bereich der Anbetung. Das heißt auf der einen Seite ja, sie sind eine christliche Gemeinde und sie hören auf die Lehren der Bibel und so, aber das ist nicht sehr geistlich. Und die Schlussfolgerung letztendlich ist, dass der Heilige Geist wenig zu tun hat mit Jesus und der Bibel. Der Heilige Geist hingegen hat einfach mit den Dingen zu tun, die wir weniger klar verstehen, viel mit Gefühlen und so. Aber das Johannes-Evangelium und wirklich die ganze Bibel hält diese beiden Dinge ganz fest zusammen, Jesus und den Heiligen Geist. Denkt zum Beispiel an Johannes 16, wo Jesus redet von dem Tröster, der kommen wird. Und er sagt über diesen Tröster, er wird mich verherrlichen. Und das ist das, was J.R. Packer nennt die Scheinwerfer Funktion des Heiligen Geistes. Wenn du nachts ein Fußballspiel anschaust bei Flutlicht, da schaust du ja nicht ins Flutlicht rein die ganze Zeit, weil die wirklich dafür da sind, auf das zu zeigen und uns dabei zu helfen zu sehen, was auf dem Feld passiert. Und das, was der Heilige Geist tut, der will nicht, dass wir die ganze Zeit auf ihn schauen, denn er weist uns hin auf Jesus. Und wenn ich auf Jesus vertraue, wenn ich an ihn glaube, dann tue ich das, weil der Heilige Geist sein Werk getan hat. Ich bin zum Beispiel zu 2500 christlichen Versammlungen gegangen, bevor ich bekehrt wurde. Ich bin erst mit 18 bekehrt worden, das war eine ganze Menge vorher. Es war erst, dass der Heilige Geist mir geholfen hat, sehen, wer Jesus wirklich ist. Und ich dann angefangen habe, ihm zu vertrauen. Und dann verstanden habe, im Angesicht dessen, was er alles für mich getan hat, dass ich dann auch für ihn leben wollte. Erst dann wurde ich möglich ohne die Wahrheit. So sehen wir in Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Konzept von Wahrheit entspricht nicht dem kulturellen Trend unserer Zeit. Und wenn wir gerade über Religion reden und sprechen dann über Wahrheit, dann ist das nicht populär. Und wenn Menschen darüber reden, dann ist es häufiger eher so, dass sie sagen, was für mich wahr ist und was für dich wahr ist, das mögen zwei unterschiedliche Dinge sein. Und letztendlich gehen wir alle unterschiedliche Wege auf den gleichen Berg. Und letztendlich führen uns alle Religionen zu dem gleichen Ort. Und zum gleichen Gott. Und Jesus sagt sehr deutlich, es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und seht wieder eine positive und eine negative Aussage in diesem gleichen Vers. Meist Menschen stören sich nicht an positiven Aussagen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist okay. Aber sobald man was Negatives dranhängt, heißt es ja, dass er alternative Wahrheiten damit ausschließt. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist, wo Leute dann Anstoß dran nehmen. Und manche Christen reden immer nur über das Positive. und das Ergebnis ist letztendlich ein Mangel an Klarheit. Aber wenn wir uns das anschauen, Jesus spricht regelmäßig über was Positives und über das Negative. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern um Sünder zur Buße zu bringen. Es ist sowohl als auch. Und es gibt nur einen Weg zu Gott. Denn Jesus ist einzigartig. Er ist die einzigartige Offenbarung von Gott. Er ist die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir seine Wahrheit, um Gott richtig anbeten zu können. Stellt euch mal vor, wir wären alle hier in diesem Raum geworden. Und keiner von uns wäre jemals draußen gewesen. Und da wären keine Fenster. Und wir fangen an hier zu diskutieren, ob es eigentlich irgendwas außerhalb dieses Raumes gibt. Und verschiedene Leute schlagen verschiedene Dinge vor. Und einer, der da hinten sitzt, sagt, ja, ich glaube, da gibt es eine ganz große Welt da draußen und die ist voller grüner Riesen. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt aber hier jemand, pass auf, das ist falsch, ich sage dir mal, was wirklich los ist. Und in echt ist da draußen eine riesengroße weite Welt mit lauter rosanen Mäusen. Und dann der dritte sagt, ihr habt beide Unrecht, tatsächlich ist es so, dass es da draußen überhaupt gar nichts gibt, da gibt es einfach gar nichts, ihr habt beide Unrecht. Und dann sagt jemand da vorne was. Und das sind die ganz vernünftigen Leute. Und der sagt, schaut, ihr nehmt alle für euch in Anspruch auf Wahrheiten zu sprechen, über Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt. Denn was ihr hier tut, das sind doch letztendlich nur Vermutungen. Letztendlich waren wir doch alle noch nie draußen, von daher können wir doch bestenfalls sagen, ich glaube, aber ich weiß nicht. Und das ist doch nachvollziehbar. Und viele Leute behaupten, dass Religion so funktioniert. Denn hier sind wir alle einfach gefangen in dieser Welt in einem Raumzeit Begrenzung. Und keiner von uns war jemals außerhalb dieser Welt. Und von da haben verschiedene Religionen verschiedene Vermutungen. Und das ist ja alles auch in Ordnung, solange sie nicht sagen, das ist die eine Wahrheit. Und einer mag halt sagen, was ich gerne glauben möchte, das ist der Koran. Aber keiner will, dass jemand behauptet, der christliche Glaube ist die Wahrheit. Aber ich denke, das alle verstehen, wenn wir anfangen, innerhalb dieses Kontext eines geschlossenen Raumes. Aber was wäre, wenn in dem Moment, wo wir uns hier unterhalten, plötzlich jemand von draußen durch die Tür käme? Worüber redet ihr? Und wir sagen, wir reden darüber, ob irgendwas da draußen ist. Und der sagt, was sagen denn die Leute so? Und naja, manche sagen, da sind grüne Riesen draußen, andere rosa Mäuse, wieder andere sagen, gar nichts, und manche sagen, wissen wir nicht. Und der, der reinkommt, sagt, dann lasst mich euch erklären. Und wir würden doch zu dem nicht sagen, wie arrogant bist du denn, setz dich hin. Nein, der könnte uns natürlich erzählen, was draußen ist, denn er kam ja von draußen. Und das ist genau die christliche Überzeugung über den Herrn Jesus Christus. Er kommt mit Offenbarung von Gott. Er ist der ewige Sohn Gottes, der Gott selbst. Und wenn wir zu ihm kommen, dann kommen wir zu Gott. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er bringt aber nicht nur Offenbarung von Gott, er bringt auch Erlösung. Also wenn wahre Anbetung über Gott nötig ist, dann brauchen wir nicht nur, wenn wahre Anbetung von Gott möglich ist, dann brauchen wir nicht nur Wahrheit, denn was unsere wirkliche Anbetung behindert, ist nicht nur unser Mangel an Wissen. Denn es ist auch unsere Sünde und Gottes Zorn gegen diese Sünde. Das ist der Grund, warum wir nicht nur Offenbarung brauchen, sondern eben auch Rettung, Erlösung. Und deswegen war es auch so, dass die Menschen, als sie im Tempel in die Gegenwart Gottes kommen wollten, dass sie Opfer dargebracht haben. Aber keines der Opfer war jemals ausreichend für die Sünde von Menschen. Weil ein Tier kein adäquater Ersatz ist für einen Menschen. Und deswegen waren diese Opfer, die Tag um Tag dargebracht wurden, da um auf etwas anderes hinzuweisen, über sich selbst hinaus, nämlich zum Herrn Jesus Christus. Er ist der wahre Anbeter. Er lebte ein Leben wirklich wahrhafter Anbetung seinem Vater gegenüber. Er liebte seinen Vater mit dem ganzen Herzen, Verstand und seiner ganzen Kraft. Er ging immer in ganz enger Gemeinschaft mit dem Vater. Er ist der eine Mensch, der je gelebt hat, der einzige Mensch, der je gelebt hat, der nicht den Zorn Gottes verdient hat. Und als er am Kreuz gestorben ist, da hat er nicht die Strafe für seine eigene Sünde empfangen. Nein, das war sein letzter und sein größter Form von Anbetung, die er dargebracht hat. Weil er sein ganzes Körper dargebracht hat, und er ist gestorben, um die Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Er ist derjenige, auf den die ganzen Tieropfer, die dargebracht wurden, hingewiesen haben. Und Gott, der Vater, hat diese anbetungsvolle Aufopferung von Jesus angenommen. Und dann wurde er wieder auferweckt zum Leben. Und kam dann in die Gegenwart Gottes im Himmel. Und das Allerheiligste im Tempel war nur ein Bild von diesem Ort, dem Heiligen Ort im Himmel. Und es ist eben nur durch Jesus und das, was er getan hat, dass wir Gott den Vater auch anbeten können. Denn wenn wir die Wahrheit über Jesus verkündet hören, die Wahrheit von seiner Offenbarung und der Rettung, die er gebracht hat, und wenn wir dann durch den Heiligen Geist diese Wahrheit glauben und dann unser Vertrauen in den Herrn Jesus Christus setzen, dann werden wir durch den Heiligen Geist in Verbindung gebracht mit Christus. Wir kommen in ihn hinein. Und so ist sein perfektes Leben danach unser Leben. Er ist Anbetung für uns und wir beten mit ihm an. Sein stellvertretender Sühnetod ist unser Tod. In ihm haben wir schon die Strafe empfangen, die wir verdient hätten. Und in ihm sind wir schon im Allerheiligsten. Das ist geistlich gesprochen der Ort zu dem wir gehören. Wir brauchen also niemanden uns dabei hilft in die Anbetung zu kommen. Jesus hat es schon getan. Wir brauchen keine großartigen Musiker die uns dahin bringen. Denn im geistlichen Sinne sind wir schon da. Wir existieren schon in Jesus Christus im Heiligtum Gottes. Jesus hier in John 4 spricht über das Kreuz. Und davon spricht er, wenn er hier von der Zeit, die kommen wird, spricht. Das steht hier in Vers 21, es kommt die Zeit. Und nochmal in Vers 23, aber es kommt die Zeit. Immer wieder im Johannes Evangelium lesen wir von der kommenden Zeit, von der Stunde. Und vielleicht erinnert ihr euch, als Jesus Mutter ihn dazu gebracht hat, beim Hochzeitsfest in Kanaa zu helfen in der Krisensituation. Da hat er zuerst gesagt, nein, das meine ich, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist. Und er redet immer wieder von der Zeit oder von der Stunde, in der er verherrlicht werden wird. Diese Stunde, diese Zeit, das ist der alles entscheidende Punkt. Und später Johannes 17, wo er am Obergemach kurz vor seiner Verhaftung zum Vater betet. Und da betet er dann, am Anfang seines Gebet ist, Vater, die Zeit ist gekommen, meine Stunde ist gekommen. Und das ist genau das, worauf er sich hier auch mit der Frau bezieht. Er spricht über diese alles entscheidende Zeit, wo diese neue Zeit dann beginnt. Und das Kreuz. Als Jesus mit dieser großen Barriere, die große Barriere weggeräumt hat, die uns von Gott trennt. Er ist gestorben, um uns wieder in die Anbetung Gottes zu bringen. Und deswegen möchte ich hier an diesem Punkt enden mit einigen Anwendungspunkten. Erstens, wahre Anbetung ist unmöglich ohne Jesus Christus. Das ist sehr befreiend für mich. Ich muss mich nicht selber dahin bringen, dass ich ein Anbeter bin, damit ich so fühle, dass ich Anbetung betreibe. Denn das führt dazu, dass ich stolz werde, schau, wie toll ich anbete, oder wahrscheinlich sogar noch, dass ich in Verzweiflung gerate, weil ich nie so richtig gut anbete. Und dann verbringen wir viel zu viel Zeit damit, immer in uns selbst reinzuschauen. Jemand hat mal gesagt, für jeden Blick, den du in dich hineinwirfst, schau zehnmal hoch zu ihm. Denn er hat alles getan, um mich zu einem Anbeter zu machen. Und es nimmt so den Druck weg von uns. Und es hilft mir auch zu wissen, was ich tun wissen. Denn wenn ich glaube, dass ich dasselbe tun kann, dann würde ich die ganze Zeit darum ringen, das zu tun für mich selbst und das bewerkstellige, dass ihr anbetet. Aber ich kann das nicht machen. Aber wunderbarerweise kann Jesus Christus das. Und deswegen ist meine Rolle einfach euch auf ihn hin weisen. Und es nimmt auch den Druck von den Musikern. Denn manchmal wollen Kirchen, dass diese Musiker Priester werden. Ihre Aufgabe ist, uns in die Gegenwart Gottes zu bringen, indem sie uns besondere Gefühle produzieren. Aber ihr Lieben, weder der Pastor noch der Musikleiter ist ein Priester. Jesus Christus ist der einzige Priester, der uns in die Gegenwart Gottes bringt. Das heißt, wahre Anbetung ist unmöglich ohne Jesus Christus. Und dann weiterhin wahre Anbetung ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Das hilft mir zu beten. Und mein Gebet ist, ist, dass ich mehr und mehr dankbar anerkenne, erkenne, was Jesus Christus für mich getan hat. Und erst wenn ich das tue, dann werde ich mehr und mehr auch dahin kommen, dass ich ihn wirklich anbete. Denn letztendlich fühlen wir uns doch alle unzureichend im christlichen Leben. Aber so oft konzentrieren wir uns dabei dann auf die äußeren Dinge. Ich muss gegen diese bestimmte Sünde kämpfen, ich muss einfach damit aufhören. Und ich versuche das mit ganz viel Kraft und Disziplin diese Sünde zu besiegen. Aber das wirkliche Problem ist in meinem Herzen. Und das heißt, dass ich eigentlich gar nichts Neues verstehen muss. Ich brauche einfach das Wirken des Heiligen Geistes, der mir mehr und mehr hilft zu verstehen, was er für mich getan hat und wer ich in ihm bin. Und dann entsprechend einfach zu leben. Je mehr ich den Herrn verstehe und was er für mich getan hat, desto weniger werde ich sündigen wollen. Das heißt, meine Aufgabe einfach als Christ, aber auch als Pastor ist es, Menschen im Gebet dahin zu bringen, dass sie mehr auf Jesus schauen. Sodass der Heilige Geist ihnen eine größere Liebe gibt für den Herrn Jesus Christus. Aber wie weise ich die Menschen jetzt auf Jesus hin, damit sie ihn finden können. Und das ist der dritte Punkt, über den wir nachgedacht haben. Wirkliche Anbetung, wahre Anbetung ist unmöglich ohne die Wahrheit. Denn die wirkliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, Menschen zu helfen, Jesus Christus besser zu erkennen, durch die Verkündigung der Bibel. Wenn wir eine Gemeinde haben wollen, die wirklich wahrhaft Gott anbetet, dann muss die Bibel ganz zentral sein. Denn nur wenn die Bibel zentral ist, wird auch der Herr Jesus Christus zentral sein. Denn das ist das Buch, das über ihn spricht. Und wenn ich die Botschaft verkündige, dann muss ich gleichzeitig beten, damit der Heilige Geist Menschen wirklich hilft, diese großartigen Wahrheiten zu erkennen. Dass sie alle wachsen in der Erkenntnis und der Liebe des Herrn Jesus Christus. Und deswegen müssen Pastoren sicherstellen, dass im Zentrum von allem, was sie tun, die Verkündigung der biblischen Wahrheiten ist. Das ist das Zentrum unserer Versammlung am Sonntag. Denn nur so ist Christus wirklich zentral oder Jesus zentral. Ich bin nicht der Pastor von St. Ebb's Church in Oxford. Weil wirklich Jesus Christus, der Herr Jesus Christus der Pastor dieser Gemeinde ist. Ich bin nur der Unterpastor. Und wie kann ich sicherstellen, dass er der Hauptpastor ist und nicht ich? Indem ich seine Worte weitersage. Und zusammen sitzen wir drunter unter dem, was er uns zu sagen hat. Und wachsen gemeinsam in der Erkenntnis und in der Liebe zu ihm. und so werden wir dann immer mehr unser ganzes Leben leben für ihn. Und das hilft uns auch zu verstehen, was wir tun, wenn wir gemeinsam singen. Wie entscheiden wir zum Beispiel, welche Lieder wir singen? Es geht nicht vor allem darum, ob es eine gute Melodie ist oder darum, ob es ein populäres Lied ist, das jeder singt. Wir werden von Philipp noch sehr viel mehr darüber hören, dass unser Singen ein Wortdienst ist, indem wir uns auf Gott konzentrieren und auf seinen Sohn Jesus Christus. Und wir beten darum, dass der Heilige Geist diese Wahrheiten tief tief in uns hineinbrennt, wenn wir diese Wahrheiten singen. Sodass wir immer mehr dann auch das leben, was wir glauben. Und so müssen die wahren Anbeter in Wahrheit und im Geist anbeten. Wie ich am Anfang gesagt habe, nichts von dem hier ist wirklich neu. Es ist so einfach. Aber es ist erstaunlich, wie oft wir diese Dinge vergessen. Und diese Dinge sind so grundlegend für alles, was wir jetzt weiter in dieser Konferenz nachdenken wollen. Ich möchte mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für den Herrn Jesus Christus, den wahren Anbeter. Und durch deinen Heiligen Geist hilf uns immer mehr zu verstehen, wer er ist. Und immer mehr uns auf das zu verlassen, was er für uns getan hat. Und dass wir durch ihn immer mehr in der Erkenntnis und der Liebe zu dir wachsen. So dass wir immer mehr aus der Tiefe unseres Herzens für dich leben wollen. Mögen wir durch das Werk des Geistes die jenigen sein, die dich in Wahrheit und im Geist anbieten. Amen. Um Namens Willen. Amen. Amen. Amen.